Hallo liebe und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich war jetzt eine ganze ganze Zeit lang abgeschossen. Wie ihr das natürlich mitbekommen, hatte das ganz persönliche Gründe. Mir geht es soweit ganz gut, außer dass der kleine Plagegeist ein bisschen mich manchmal zum spucken bringt. Ich habe mir immer noch ein bisschen so an manchmal sehr starke Appetitlosigkeit leide, aber ich hoffe das geht auch wieder vorbei. Und ich bin heute wieder zurück und zwar werde ich jetzt wenigstens versuchen ein bis zwei mal die Woche hochzuladen, weil es für mich einfach manchmal sehr sehr schwierig ist, mich fertig zu machen, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Ich weiß nicht, jeder der da draußen schwanger ist, weiß, dass es einfach super super schwierig ist. Und ich bin heute auf jeden Fall wieder da für euch. Ich habe jetzt auch ein bisschen umgeräumt gehabt. Das hat auch ein bisschen ja einfach umräumtechnische Gründe, weil wir irgendwann mal ja auch ein Kinderbett aufbauen müssen und so weiter. Das ist dann alles ein bisschen schwieriger, weil man einfach so ein bisschen umstrukturieren muss. Da hinten liegt meine komplette Kameradschaft, der Eli, der Kenai und dahinter liegt der Nuki. Moment, hier auf der Seite dazwischen liegt der kleine Nuki. Uns geht es eigentlich wieder ganz gut. Ich habe jetzt halt einfach nur immer wieder mal kleine Pickelchen oder Hautunreinheiten, die jetzt einfach auch einfach mal immer wieder kommen. Und mir geht es ansonsten eigentlich ganz ordentlich. Es ist halt einfach nur eine komplett neue psychische und auch körperliche Umstellung. Also da muss man einfach ganz klar davon ausgehen, dass das einfach was ganz ganz Neues für mich ist. Ich habe mich heute auch nach lange Zeit wieder mal richtig richtig schön fertig gemacht. Und es hat mir auch super super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich muss praktisch auch wieder ein bisschen mehr üben mit meiner Kamera, weil ich habe jetzt auch echt lange nicht mehr mit der gefilmt. Nuki hat sich jetzt an den Rand gesetzt. Und ich zeige euch heute meine Beauty Favoriten und zwar die Favoriten, die ich wirklich die letzten Wochen, Monate wirklich sehr stark benutzt habe, wo ich wirklich absolut sagen kann, dass das mir wirklich viel gebracht hat und einfach auch sehr viel Qualität in mein Make-up reingebracht hat. Ich habe heute einen eigentlich recht glamourösen Look gemacht, bin aber manchmal so ein bisschen, also sehr verpickelt, weil ich einfach gerade auch sehr schnell zu... Also ich habe hier zum Beispiel einen Pickel gekriegt. Ich habe seit ewig und drei Tagen keine Pickel mehr gekriegt und ich möchte mich auf jeden Fall für eure wahnsinnige Geduld bedanken. Ihr habt einfach so, 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 so liebe Messages mir geschickt. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ich habe jetzt nächste Woche am Freitag einen Termin und wir hoffen, dass wir den kleinen Gnom auch sehen können. Wir haben jetzt einfach sehr lange gewartet damit. Praktisch, wir mussten jetzt vier Wochen warten, bis der nächste Termin ist. Das ist, ich glaube ich, ganz normal, aber für jemanden wie mich ist das immer sehr schwierig, da ich mich noch in dieser Drei-Monats-Sparte befinde. Und bevor wir auf jeden Fall jetzt weitermachen, danke ich euch von ganzem, ganzem Herzen für die tollen Nachrichten und ich zeige euch jetzt mal auf jeden Fall, fangen wir jetzt erstmal an, mit meinen, meinen Lieblings- und Go-To-Favorite-Lidschatten-Paletten. Aufgrund meiner persönlichen Situation jetzt einfach, habe ich einfach so, ja ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Unordnung auf meinem Tisch. Ich habe jetzt einfach nicht mehr so aufgeräumt irgendwie, weil ich das manchmal sehr schnell machen muss oder ich bin einfach nur ganz kurz mit meiner Freundin unterwegs. Das ist einfach ein bisschen, ein bisschen stressiger. Und ich habe hier zwei, vier, sechs Paletten, die ich wirklich super, super, super gerne benutzt habe. Neben natürlich den Jeffree Star Paletten, die ich wirklich liebe. Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch mir die neue Blood Sugar Palette gekauft. Also ich bin ja wirklich Fangirl number one. Und also wenn ich hier wirklich jetzt hier von den normalen, also das sind halt richtig geile Farben. Das ist halt wirklich meine Palette für den Frühling und Sommer. Ich bin eigentlich sonst gar nicht so der blaue Lidschatten-Mädchen-Typ, aber bin jetzt eher so dieser Typ hier, ja. Muss aber sagen, dass ich einfach sehr viel abgeändert habe, weil ich bin halt die meiste Zeit sehr ungeschminkt. Habe aber trotzdem immer Make-up auf der Haut. Habe jetzt auch durch den Sephora-Sale 20% habe ich auch etwas ausprobiert, was unglaublich gut ist. Und ich, wie gesagt, zeige euch jetzt mal die Lidschatten-Paletten. Und zwar die erste, die ich euch gerne zeigen würde, ist die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills. Für mich und die Alida auch. Das ist wirklich eines der schönsten Paletten, die ihr euch kaufen könnt. Die Soft Glam ist so schlicht und einfach. Ich habe den auch komplett mit diesem, dieses Make-up mit dem gemacht, inklusive mit der nächsten Palette. Das ist eine super, super Neutral Palette, aber so krass pigmentiert, so schön. Also wenn ihr wirklich ehrlich gesagt gar nicht arg viel braucht oder den Alltag über eigentlich kaum euch schminkt, ist diese Palette eigentlich vollkommen ausreichend für euch. Und die 50 Euro sind wirklich super investiert. Genauso wie in die nächste. Ich liebe die Sultry Palette. Das ist auch eine Anastasia Beverly Hills Palette. Und ich benutze die gerade wirklich fast täglich. Ich werde euch mal zeigen, wie intens die ist. Und zwar habe ich jetzt hier noch kein Inner-Corner-Highlight. Ja, also ich habe jetzt noch nichts praktisch im Inner-Corner. Und ich zeige euch mal, ich gehe immer gerne in die Farbe Cyborg. Das ist dieses hier. und gehe mir dann praktisch damit in die Ecken. Und das ist so eine tolle Farbe, Leute. Das ist so eigentlich so mein Inner-Corner-Highlight-Topf überhaupt. Der macht halt sehr viele Looks, sehr schön. Und ich gehe da auch oft in die Augenbrauenbogen. Heute jetzt nicht, weil ich habe jetzt heute sehr viel Highlighter drauf. Und auch diese Palette kostet um die 50 Euro. Könnt aber auch immer gucken. Also ich weiß nicht, ob die bei Douglas online ist, aber auf jeden Fall ist die super, super schön. Ich persönlich liebe die sehr. Die nächste ist wieder eine Anastasia Beverly Hills. Und zwar ist es eine sehr, sehr neue, die ich, also ich habe ja wirklich mich auch aufgrund unseres Kinderwunsches sehr, sehr zurückgehalten. Also ich habe jetzt nicht jede neue Palette gekauft. Aber bei Anastasia Beverly Hills muss ich sagen, da weiß ich halt, was ich für die Qualität bekomme. Mein Nucki? Hallo, Bebe! Oh Gott, der ist so süß. Und auf jeden Fall weiß ich halt, was ich für diese Qualität einfach auch bekomme. Da habe ich mich einfach mal für so eine etwas buntere Palette entschieden. Anastasia Beverly Hills Paletten werden uns auch in den Urlaub begleiten. Also wir haben jetzt in Urlaub weit bevor wir Kinderwunsch überhaupt angefangen hatten, hatten wir also eine Reise mit meiner Mutter und ihrem Freund nach Teneriffa geplant. Das wird jetzt auch ganz normal stattfinden, weil mein Frauenarzt sagt auch nichts Schlechtes dagegen. Klar, ihr solltet nach einer gewissen Zeit nicht mehr so fliegen. Gerade wenn ihr sehr, sehr einen großen Bauch habt und das Kind einfach unmittelbar vor dem Due Day steht, ist es einfach nicht zu empfehlen. Aber wenn ihr jetzt mitten in der Schwangerschaft seid oder so, dann braucht ihr euch gar keine Sorgen darüber machen. Ich befinde mich ja immer noch in der Drei-Monats-Sparte. Also bis zu diesem riskanten Zeit. Es kann immer etwas passieren. Wir haben uns auch dafür entschieden, es dann trotzdem publik zu machen, beziehungsweise einfach auch Freunden zu erzählen, weil ich bin einfach ein Mensch, der nicht sehr arbeitgläubisch ist. Ich denke einfach, dass alles, was von Gott gegeben ist, auch entweder bleibt oder geht. Sollten Kinder in einem sehr frühen Stadium gehen, ist es einfach auch ein Grund der Genetik, dass irgendwas nicht stimmt, nicht richtig angelegt ist. Und dann finde ich es sogar besser, wenn diese Kinder nicht zur Welt kommen dürfen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, für diese Kinder mit den Behinderungen klar zu kommen. Oft sind es ja wirklich auch Behinderungen, die sie halt nie lebenswert machen können. Sie können dann vielleicht nicht denken, nicht gucken, nicht hören, nicht sehen. Also wirklich massive Einschränkungen bekommen. Und das ist im Prinzip auch kein lebenswertes Leben für sie, weil sie halt dann einfach nicht noch mal lieben, noch mal leben können, keine Arbeit mal irgendwann nachgehen können. Das ist natürlich für die heutige Gesellschaft einfach auch sehr schwierig. Und ich denke einfach, dass es dann alles seinen Sinn und Zweck hat, dass die Natur das halt von sich selber regelt, also eine Art natürliche Selektion betreibt. Ich bin selber Pflegerin. Ich weiß, was es bedeutet. Ich habe sehr viele Freundinnen, wo auch mal Kinder abgegangen sind. Und ich bin einfach ein sehr positiver Mensch. Ich mache mir jetzt da nicht so viele Gedanken drum oder so, mir geht's gut. Also beziehungsweise es geht mir halt Tag für Tag immer anders schlecht. Also so und viele, die einfach schon Kinder haben, wissen, dass einfach immer ein Kurztag oder ein Tag, wo es besonders im Unterleib zieht, einfach ein Tag von einem Progress ist, von einer Weiterentwicklung. Und das muss nicht immer was Schlechtes bedeuten. Deswegen bin ich einfach auch der Meinung, dass man mit diesem Thema sehr offen umgehen sollte. Man sollte das nicht verstecken, weil es sterben auch Kinder im sechsten, siebten oder kurz vor der Geburt oder bei der Geburt. Man darf natürlich nicht schlecht denken. Und ich bete zu Gott, dass natürlich nichts davon nicht eintritt oder so. Aber es ist einfach... Die drei Monate sind natürlich von der Entwicklungsphase des Fötusembryos beziehungsweise einfach sehr schwierig. Aber es ist halt trotzdem, denke ich mal, eine sehr... sehr... Also eine Quatscheinstellung zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt neun Monate vakuumiert und mache jetzt nichts. Das ist Quatsch. Also ich bin da einfach zu sehr Altenpfleger beziehungsweise zu sehr medizinisches Personal, dass ich einfach nicht drüber nachdenken kann, weil mir geht's gut. Dem Gnom da scheint saugut zu gehen, weil umso schlechter es mir geht, umso besser geht es ihm. Und deswegen denke ich einfach, ist es eine positive Lebensanstellung, die ich mir einfach angeordnet habe und zugeordnet habe und gesagt habe, hey, das machen wir einfach so. Und deswegen habe ich aber auch gesagt, es ist total in Ordnung, wenn man mir schreibt und so. Ich habe da gar keine Probleme mit. Es wird auf dem Kanal auch Schwangerschafts-Updates geben. Dafür habe ich mich jetzt ganz privat entschieden mit meinem Partner zusammen, weil ich denke, dass halt Schwangerschaften sehr individuell sind und jeder halt das total anders erlebt. Das Einzige, was ich tatsächlich für mich gekauft habe, ist diese wunderschöne Mutterpasstöhle. Ich habe tatsächlich von meinem Frauenarzt noch keinen Mutterpasst bekommen, weil mein Frauenarzt einer von diesen etwas altmodischen Ärzten ist, die sagen, erst wenn man praktisch die Herztöne sieht und Wachstum, dann sollte man praktisch einer Mutter auch eine Mutterpasst geben, weil ansonsten das einfach auch psychologisch sehr schwierig ist. Ich verstehe ihn da total, weil wenn ich jetzt nächste Woche das Klopfen höre und so, dann wird das bestimmt ein unglaublich toller Moment werden. Aber einfach, dass ich habe jetzt zum Beispiel auch kleine Geschenke bekommen, Bodies und so Zeug. Ich finde das wahnsinnig süß, weil das bedeutet für mich einfach auch, dass die Menschen auch unserer Zusammenkunft einfach auch positiv gegenüber sehen. Und deswegen, ich habe jetzt an meiner Lebenseinstellung sehr viel geändert. Ich habe sehr, also ich esse sehr viel, sehr, sehr, sehr wenig Scheißdreck. Also wir essen keine Hamburger, so krass oder Pizza essen wir jetzt auch nicht mehr so arg. Muss aber auch sagen, ich vertrage auch vieles nicht, wie wenn mein Körper das von selber aus selektieren würde, was mir schmeckt und was nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr interessanter Weg, den ich auf jeden Fall weiterhin gehen werde. Und dieses Jahr, diesen Monat kam ja auch die Hatti Palette wieder zurück. Und ich muss sagen, die ist wirklich fast täglich mit irgendeiner Farbe im Gebrauch. Ich liebe ja besonders dieses Hatties Shade. Ich finde einfach, das ist so ein tolles Teil. Dann das Türkis und das Blau. Das sind wirklich Farben, die ich sehr, sehr häufig benutze, weil ich einfach in meiner Make-up-Routine immer wieder mal Farbe drin habe. Diese Palette finde ich einfach unglaublich gut. Ich hoffe, dass Love Cosmetics wirklich auch dafür sorgt, dass die einfach mal in den Dings kommt. Ich habe mir bei dem Launch gar nichts gekauft, weil ich habe mir eigentlich, ich habe ja vom letzten Mal noch einige Backups von dem Bronzer, weil ich einfach den Bronzer unfassbar gut finde, der jetzt auch demnächst in meine Favoriten geht. Ich habe jetzt zwei so Bronzer, die ich eigentlich immer benutze. Und ich finde halt, die Hatti Palette, also Hatice Schmidt hat wirklich einen absoluten Banger gebracht. Die Qualität ist wirklich wie Anastasia Beverly Hills. Ich habe ja wirklich Vergleichsmöglichkeiten und wirklich, wirklich geil. Eine ganz, ganz tolle Marke, die ich entdeckt habe und zwar noch nicht vor allzu langer Zeit, ist Ciarity. Das ist praktisch eine Marke, die ich bei Beauty Bay gefunden habe. Das ist einfach so eine Indie-Brand, die ganz, ganz tolle, große, so Eva-like Paletten rausbringt mit einer Pigmentierung des Todes. Das ist die Nudes & Roots. Eine sehr, sehr schöne, ganz natürliche Palette, super schöne Schimmertöne, nicht zu metallisch, aber einfach schimmrig, sage ich mal. Nuki hat schon wieder die... Äh, Monsieur? Ja, er geht schon wieder weg. Und dann habe ich mir natürlich eine farbige damals dazu geholt. Da habt ihr wirklich tolle Farben dabei und sehr, sehr stark pigmentiert. Also sind wirklich tolle Farben dabei, ähm, lassen sich auch wahnsinnig toll ausblenden. Und, ähm, ich mag die Marke sehr gerne. Die Paletten sind nicht billig, die kosten um 40 Euro. Aber, ähm, es bedeutet ja oft nicht, dass zum Beispiel, wenn ihr Indie-Brands unterstützt, zum Beispiel auch Jeffree Star, die Palette kostet 60 Euro. Das sind keine Kindergartenpreise, aber ich muss sagen, äh, Mama oder nicht. Ähm, ich liebe Make-up. Das wird sich auch nicht verändern, wenn ich ein Kind bekomme. Ich bin einfach so der, der Typ Frau, der halt sehr gerne auf sein Äußeres achtet. Ich finde, ich habe sehr, sehr viele YouTube-Freundinnen hier, die alle schon sogar 1, 2, 3 und 4 mehr Kinder haben, wie ich, oder haben werde. Und, ähm, wir möchten ja ein Kind. Wir sind eigentlich zufrieden mit einem Kind, weil, ähm, wir halt auch sehr viel in unserem Leben noch gestalten möchten. Wir möchten zum Beispiel auch noch Eigentum kaufen und so. Das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und man kann halt nun mal nicht alles haben. Ich kann nicht 5 Kinder haben und gleichzeitig Eigentum haben mit einem normalen Gehalt. Da gehören wir einfach dazu. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Das war, wie gesagt, das Segment der Lidschattenpaletten. Und ich zeige euch mal die zwei Bronzer, die ich sehr, sehr gerne benutzt habe. Und zwar, der eine ist der Luminous Bronze Light von Hourglass. Das ist Hourglass. Das ist wirklich eine sehr, sehr High-Class, ähm, äh, Packaging, äh, und auch Produkt. Das ist praktisch so ein Bronzer, der so ein bisschen ist schwierig zu zeigen. Also, das ist so ganz leicht, ähm, schimmrig, ja. Und, ähm, ich kombiniere halt sehr gerne zwei Bronzer. Und zwar, ich habe das Bronzing Puder Bronze die Wand an von Hatice Schmidt. Und da habe ich halt Hardcore-Hitepen erreicht. Aber ich habe damals auch eine Originalunterschrift von der Hati bekommen, als ich auf der Glow in Berlin war. Und, ähm, habe den jetzt eigentlich so ziemlich aufgebraucht. Also, ich kratze den jetzt noch vollends aus und habe aber jetzt schon einen neuen offen. Und das sind eigentlich die zwei Bronzing Puder, die ich immer benutze. Die wirklich, also den Hati benutze ich vor allem zum Konturieren. Und ich finde, wenn ihr jetzt so mein Gesicht seht, es ist sehr, ähm, sehr weich gezeichnet. Es ist jetzt nicht, ähm, zu arg geframed oder irgendwie in der Form, ja. Und vor allen Dingen, es ist halt einfach so, weil es halt total tagesabhängig ist, wie es mir mal geht. Mal bin ich wirklich den ganzen Tag im Bett, dann schminke ich mich natürlich nicht. Aber es gibt dann auch mal Tage, wo es dann halt wirklich sehr gut läuft und ich dann wirklich so ein Augen-Make-up habe. Wir gehen jetzt später ins Kino. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen fertig gemacht. Ähm, es ist dann einfach so total unterschiedlich. Manchmal habt ihr halt wirklich super Tage, wo es euch wahnsinnig gut geht. Und dann gibt es halt auch mal wieder Arschloch-Tage, wo ihr dann sagt, oh mein Gott, also heute kommt es mir alles hoch und ihr habt keinen Hunger. Das ist, glaube ich, total unterschiedlich. Und, ähm, an solchen Tagen benutze ich zum Beispiel ganz unterschiedliches Make-up. Und zwar, ähm, die, ähm, die, äh, CC-Cream von It Cosmetics mit dem, äh, SPF von 50 ist eigentlich gerade so meine absolute Lieblings-Foundation. Ähm, habe jetzt auch noch, ähm, äh, zwei, drei andere für euch, die ich halt sehr, sehr häufig benutze. Aber die CC-Cream ist wirklich eines der schönsten Foundations. Das ist eine sehr leichte Foundation. Hilft euch. Das ist aber, glaube ich, auch diese Foundation. Ich habe die, die in der Farbe Medium. Äh, und die werde ich auch, denke ich, mit nach Teneriffa nehmen, weil die hat auch ein SPF von 50. Ähm, ich habe zum Beispiel oft durch die Schwangerschaft einfach hier so trockene Stellen. Und das ist halt einfach nicht sehr angenehm, muss ich sagen. Weil, ähm, ihr schminkt euch und da pelt halt die Haut darunter. Das sieht halt echt beschissen aus. Und auf jeden Fall, das ist so meine Favorite, wo ich jetzt sehr gerne benutze. Eine etwas günstigere Version mit einem SPF von 20. Da müsst ihr halt schauen, ob der Sonnenschutzfaktor bei euch so ein bisschen, ähm, Allergien auslösen kann. Ist oft so. Ist die, ähm, ist die The Healthy Foundation in der Farbe MN3 von Physicians Formula. Ähm, die könnt ihr bei Rossmann bekommen oder bei, ähm, wo bestelle ich die immer? Ich glaube, bei Douglas. Ich bestelle die immer bei Douglas, weil da gibt es ja auch immer diese 20%. Oder bei Rossmann auf der App. Jetzt kriegt ihr mittlerweile ja auch, ähm, ganz weit, ähm, ähm, kriegt ihr die um die 10 Euro. Die kostet 15 Euro. Das ist so eine Foundation. Die ist aus Glas, ja. Und da ist so ein riesen, äh, Shape Tape, ähm, riesen Brush drauf. Eine wirklich tolle Foundation, ähm, die hat denselben Effekt wie die Eats Cosmetics. Also ich würde sogar sagen, dass es ein echter Dupe dazu ist, nur halt mit weniger Sonnenschutzfaktor. Die macht eure Haut so, so weich und ihr habt wirklich nicht so eine starke Deckkraft zum Beispiel. Ich habe auch die ölfreie Version, also die Öl, also die matte Version. Die ist auch schon richtig gut, aber die trage ich jetzt zum Beispiel momentan nicht, weil sie mir persönlich zu trocken ist. Dann habe ich hier noch die Infallible 24 Hour Refrain, ähm, also Fresh Wear Foundation. Von L'Oreal kaufe ich eigentlich jetzt gar nicht so arg viel, aber muss sagen, die haben wirklich Killer Produkte rausgebracht. Das ist so eine dünne Foundation mit einer Hardcore, also wirklich geilen Deckkraft. Ich benutze hier die Farbe Natural Rose, aber manchmal auch Vanilla, glaube ich. Vanilla gibt es, glaube ich, auch, aber selten halt. Die muss ich immer dann finden. Aber die schaffe ich eigentlich immer gut zum Arbeiten zu bringen. Ist eine ganz, ganz tolle Foundation. Ist auch eine Glasflasche, ähm, ist auch relativ gut benutzt. Ich habe jetzt auch schon die zweite Flasche benutzt. Die kommt mit so einem Pumpstoß und da kommt echt ein Arschvoll Produkt. Also mir reicht manchmal ein Pumpstoß, wenn ich ein ganz schnelles Make-up mache oder ein Zweipumpstoß, wenn es halt ein bisschen mehr sein soll. Und, ähm, ich bin einfach so der Typ, der jetzt momentan halt sehr, sehr wenig Deckkraft braucht, weil eigentlich habe ich gute Haut, bis auf die paar Pickelchen, aber die decke ich dann halt mit so einem geilen, fetten, geilen Concealer ab, den ich euch gleich zeige, wo ich absolut überzeugt von bin. Das ist ein Hammerding. Und wenn es halt an den Alltag geht, habe ich den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury entdeckt. Und zwar ist das diese Flasche. Charlotte Tilbury ist ein Make-up Artist. Sie hat so rötliches Haar. Ist, ähm, unglaublich klassisch. Also ich finde, dass die sehr, sehr klassisch aussieht. Das ist jetzt keine so eine, äh, wie M&M Mitchell oder so, so ein Make-up Artist, wo ich sag, oder diese, ähm, Make-up by Nick, praktisch diese, die was Jeffree Stars Werbekampagnen immer macht. Das sind wirklich, also, ihr seht ja meine Haut, die ist ja wirklich nicht komplett matt. Ich habe aber die, ähm, nächste Foundation, die Fenty Beauty, äh, Foundation Pro Filter genutzt. Meine Lieblings absolute Killer Foundation und habe immer das jetzt da drunter. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist eine Art, ja, das ist so, wie nennt man das denn? Eine Art, ähm, das ist ganz schwierig. Das ist so eine Art Primer, ja, aber mit einem unglaublichen Glow-Faktor. Und es ist wirklich so, wie das draufsteht. Der Hollywood Filter gibt eurer Haut einfach so viel Leben zurück. Und auch wenn ihr eine matte Foundation benutzt, habt ihr wirklich diese, diesen Radiant Effekt. Ich versuche euch das noch zu zeigen. Seht ihr das? Das ist alles kein Highlighter. Das natürlich, aber wenn ihr so über die Haut guckt, habt ihr einfach so einen tollen Glow. Ähm, ich benutze tatsächlich, wenn es mir mal nicht so gut geht, tatsächlich diesen Filter einfach an den hohen Punkten, ein bisschen so im Gesicht verteilt. Nimm, also das ist so mein Ebelinschwamm, der ist jetzt ganz neu. Ähm, dann drücke ich mir das alles so ein bisschen rein. Macht ganz wenig Concealer drunter und eure Haut sieht einfach so, so schön aus. Das Produkt kostet allerdings 40 Euro. Ich würde es aber jederzeit wieder kaufen, weil es wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt ist. Ähm, und sogar über meiner Lieblingsfoundation oder unter meiner Lieblingsfoundation, die Fenty Beauty Pro Filter Foundation in der Farbe 240. Funktioniert die einfach wahnsinnig gut und da bin ich immer echt mega überzeugt von. Und ich habe jetzt auch drei Produkte, weil ich jetzt eher so ein bisschen auf Glowy stehe. Ähm, ich benutze gerade die ganze Zeit, also ich habe den jetzt schon, naja, so ein Drittel aufgebraucht, das Fenty Beauty ähm, äh, Puder und zwar in der Farbe Butter. Ähm, ich habe relativ lange dafür gebraucht, das zu finden bei uns im Sephora in Stuttgart. Ähm, aber die 30 Euro haben sich definitiv gelohnt. Ich sehe, ihr seht ja, meine Haut ist smooth, die ist, ähm, gesettet und vor allen Dingen, ähm, die Haut sieht wirklich die ganze Zeit so aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ähm, das geht jetzt nur so vielleicht eine Stunde gut oder so, sondern das ist wirklich so, so schön geairbrushed. Und oft zum Beispiel, um ein bisschen meiner Haut noch Leben zu geben, benutze ich die Hourglass Powder und zwar sind es die Ambient Light Puders in der Farbe Diffused Light und Dim Light. Ähm, Diffused Light ist eher eins, was ich so über die, äh, hoheren Punkte setze. Und Dim Light ist mein komplettes Kompaktpuder. Das gibt halt eurer Haut nochmal Glow, nochmal gesund aussehenden Effekt. Und, ähm, hab jetzt auch für Concealer was Tolles für euch. Und zwar habe ich jetzt zwei Concealer, die ich wirklich am laufenden Band benutze. Und zwar einmal von, tatsächlich von L'Oreal. Passend zu der einen Foundation, der Infallible More Than Conceal. Ich habe jetzt hier die Farbe Cashew und die Farbe Vanilla. Genau, das ist die Vanilla. Das ist jetzt Cashew. Das kommt immer drauf an, was ich abdecken will oder so. Und ich habe den Elf Concealer und zwar den 60 Hour Camo Concealer und zwar in der Farbe Light Beige. Das ist der Shit, sag ich euch. Er ist super verblendbar, super dick und super deckend. Also das ist wirklich auch ein Concealer. Ich habe jetzt wirklich auch hier sehr viel davon benutzt. Das ist wirklich zum Aufhübschen und ich habe davon bestimmt 10 Backups. Ich habe mir mal in einem Sale komplett was aufgekauft, 20% gespart bei Douglas. Den könnt ihr bei Douglas bekommen. Den Infallible könnt ihr meistens sogar am günstigsten bei Rossmann bekommen. Dann kriegt ihr den für 6, 7 Euro. Ich habe auch sonst relativ gut, also ich habe sehr, sehr viele. Ich benutze zum Beispiel natürlich auch super gern das Peach Perfect Puder von Too Faced. Habe aber jetzt einfach für mich dieses Fenty Puder entdeckt und gesagt, okay, ich benutze das jetzt wirklich mal auf, weil das Aufbrauchen jetzt bei mir jetzt auch so eine Sache ist. Ich kaufe jetzt wirklich kaum noch was nach. Also wirklich nur, wenn Jeffree Star Sommer Kollektion rauskommt, da weiß ich, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber auf jeden Fall, das sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte, wo ihr praktisch ganz, ganz tolle Unteraugenregionen machen könnt. Ihr könnt auch Spot Conceal, das heißt irgendwelche Pickel verdecken. Und es hat sich auch ein bisschen was in meiner Skincare geändert, beziehungsweise ich benutze jetzt sehr hochwertige Produkte, weil ich einfach sehr, sehr trockene Haut oft kriege jetzt mittlerweile. Und ich bin da umgestiegen und zwar, das ist halt so mein Primer. Also das ist der Energy Boosting Gel Moisturizer von Origins. Der kostet so um die 30 Euro. Funktioniert super, ist mega genial. Dann habe ich hier den Glow Recipe. Die sind sehr, sehr kostspielig. Der kostet 41 Euro oder so. Und das habe ich mir mal, ich glaube, Jeffree Star hatte das mal und ich habe das mal ausprobiert. Das ist das Watermelon Glow Gel Moisturizer. Das ist auch so ein Gel Moisturizer. Ich versuche mal genau. In einer wunderschönen Flasche, dann hier noch das passende praktisch für die Nacht. Das gibt meiner Haut einfach sehr viel Feuchtigkeit zurück. Ja, und da bin ich auch immer wahnsinnig dankbar darüber, weil ich einfach das Gefühl habe, dass meine Haut momentan einfach wahnsinnig viel benötigt. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie total trocken bin oder so, aber es gibt also, ich habe gerade so eine Kombohaut an verschiedenen Stellen und das ist halt einfach etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde. Und da bin ich wahnsinnig dankbar. Wir haben jetzt praktisch Lidschatten, Foundation, Puder, ein bisschen was für die Haut. Jetzt natürlich mein Highlighter. Ich trage eigentlich nahezu jeden Tag den Emreasy Highlighter. Der Emreasy Highlighter war eine Limited Edition, aber ich glaube schon, dass ihr den noch bekommen könnt bei Beautylish, irgendwie bei Beauty Bay. Müsst ihr einfach mal gucken, wo der auftaucht. Auf jeden Fall, ich habe mir auf jeden Fall den damals gesichert nach dem zweiten Launch, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, der ist so, so schön, Leute. Der ist also auch irgendwie unkaputtbar. Das ist echt heftig. Der gibt eurer Haut, je nachdem, halt wirklich mit ganz, ganz wenig Produkt, unglaublichen Glow. Ich benutze den eigentlich auf der Daily Basis. Ich benutze den jeden Tag überall, teilweise als mit einem riesen Brush drüber, dass ich einfach ein bisschen Glanz kriege. Das ist der schönste, smootheste und toll aufbaubarste Highlighter, den ihr je bekommen könntet. Ich weiß halt allerdings nur nichts darüber, ob jetzt man jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade gedacht, der Nucki läuft hier rum, ob ihr praktisch den jetzt noch kaufen könnt oder nicht. Ich habe da gar keine Ahnung drüber, weil wie gesagt, ich schaue gerade nicht so viel Beauty-Sachen, weil ich einfach ehrlich gesagt ein paar andere Dinge schauen sollte. Und ich hatte auch zur Information, ich hatte in letzter Zeit ein bisschen PR bekommen von Ruhespiel Republic und zwar von Pixi. So, und ich habe jetzt auch Produkte zum Beispiel, wie ihr das hier auf den Augen seht. Ihr seht ja, dass ich so einen leichten Glow auf den Augen habe. Ich habe von Ruhespiel Republic, das ist eine PR-Firma in München, habe ich von Pixi Sachen zugesendet bekommen. Den hatte ich schon vorher, den habe ich sogar häufig schon in Videos benutzt. Und zeige euch hier mal, das sind die Fairy Lights von Pixi. Das sind solche Art Glitzer, Glitschattenstifte, ja, ich zeige euch das mal, die einfach so einen geilen Glow haben. Die haben auch voll meine Farben erwischt, muss ich sagen. Ich trage jetzt gerade die Farbe Rose Gold auf den Augen, total schön, aber wollte vor allen Dingen jetzt mal auf diese hinweisen, weil das einfach so unique Dinger sind. Total geil. Damit könnt ihr... Hi, okay? Komm her zu Mami. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Und auf jeden Fall habt ihr... Nein, nicht in meinem Gesicht drum schlonze, ich glaube, ich spinne. Ihr habt jetzt praktisch halt die Möglichkeit, wirklich über euer Lidschatten nochmal so einen Topper drüber zu machen. Können wir mal darüber sprechen, wie groß der geworden ist. Der hat auch schon echt an Gewicht zugenommen. Der hat jetzt 1,7 Kilo. Der hat jetzt... Hey, der ist nicht fett oder so. Aber der hat jetzt genau ein Kilo zugenommen zu dem, wie er damals eingezogen ist. Und es ist so ein Schätzle. Und er liebt Babys und Kinder. Das finde ich jetzt sehr, sehr praktisch. Und ich habe jetzt auch einige Lippenprodukte, die ich euch sehr, sehr gerne zeigen würde, die mir die letzten Monate auch sehr gut gefallen haben. Bei Rouge fange ich aber, bevor ich das weitermache, da benutze ich eigentlich meistens... Und ich habe ja alle davon. Stellvertretend zeige ich euch jetzt die. Habe ich von Jouer diese Bouquet... Ähm... Äh... Wie heißt das? Äh... Rouge Paletten. Ähm... Weil ich einfach ehrlich gesagt gerade so wenig Rouge benutze. Habe auch von Essence zum Beispiel. Also da gibt es fast nichts, wo ich jetzt, sag ich mal, euch ausgelassen habe. Und ich wollte euch hier diese Limited Edition mal zeigen. Und zwar diese Kaviar Gouche, diese 2.0 Full Edition davon. Das benutze ich zum Beispiel auch wahnsinnig gern, weil dieser Highlighter einfach mal hardcore ein Amreezy Dupe ist. Und ich benutze auch zum Beispiel sehr glowige, ähm... Äh... Rouge gerade. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal die Lippenprodukte, die mir die letzten Monate wirklich ganz, ganz toll gefallen haben. Sehr, sehr häufig die letzten Monate habe ich die Liquid Lipsticks von Physicians Formula. Die kriegt ihr auch bei Douglas genommen. Sehr, sehr satt in der Farbe. Kosten, glaube ich, 7 Euro. Sind sehr, sehr schön. Ich schaue jetzt gerade ein bisschen runter, weil ich hier gerade sehr viele Sachen drin habe. Dann habe ich den Plumping Lip Gloss von Essence. Habe ich sehr, sehr häufig benutzt. Das ist dieser hier. Und zwar ist das so ein... Ich hoffe, das kann ich anzoomen. So, zoomen mal bitte. Ah, da ist's. Ähm... Also das ist der Plumping Lip Gloss. Den habe ich sehr, sehr häufig getragen. Äh... Der ist wahnsinnig super. Super. Dann natürlich die Fenty Beauty Lip Stunners. Die finde ich super schön. Auch der Applikator ist total besonders. Schaut mal so mit so einer Spitze dran. Ihr könnt damit super präzise eure Lippen formen. Und, ähm... Da muss ich einfach schon fast aufhören mit den Lippenprodukten, weil ich habe einfach zu viele davon. Und da muss ich mal ganz, ganz knallhart eine super Empfehlung. Und zwar die neuen Generation Matte Liquid Lip Sticks von Catrice. Das sind so schöne Produkte. Ich habe wirklich alle Farben davon, außer die bisschen absurderen, lila-gräulichen Farben oder so. Super, super schönes Produkt. Super lang haltbar. Also ich bin super begeistert davon. Ich trage mir mal diese Farbe auf. Das ist die Farbe ähm... Danger Lip. Das ist jetzt so ein bisschen was dunkleres. Ja. Aber eigentlich auch total tragbar. Und, äh... Die sind matt, aber jetzt nicht zu trocken. Ähm... Der Applikator erlaubt es euch auch sehr präzise zu arbeiten. Und, äh... Besonders die Farbe Danger Lip, finde ich, ist einfach so eine tolle Farbe, die eure natürliche Lippenfarbe nochmal so betont. Und ein bisschen mehr akzentuiert. Das ist richtig eine tolle Farbe. So. Ja. Das ist jetzt nicht... Das ist so ein bisschen so ein... Ich würde sagen, Ziegelsteinrostbraun. So was, ja. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Wenn ihr das angetrocknet habt, sieht das einfach aus, wie wenn ihr eure Lippenfarbe etwas intensiviert und abgedunkelt habt. Aber ich finde die Farbe wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und das war jetzt eigentlich auch mal so mein Favoritenvideo. Klar. Und für mein Gesicht zum Fixieren benutze ich immer noch das Urban Decay All Nighter Spray. Das war mal so ein kleiner Ausschnitt darüber, von den Dingen, die ich jetzt wirklich sehr, sehr häufig benutzt habe. Und die Zeit ist natürlich jetzt auch sehr, sehr cool eigentlich, weil ich halt sehr viele Dinge einfach auch mal benutzen kann, wirklich bis zum Schluss. Weil ich habe einfach natürlich letztes Jahr wahnsinnig viel Konsum betrieben. Das heißt wirklich wahnsinnig viele neue Sachen hier, die teilweise auch nur rumliegen und die noch gar keine richtige Beachtung bekommen haben. Das ist halt jetzt zum Beispiel auch ein bisschen anders. Also aufgrund des Kindes wird jetzt auch kein Schminktisch abgebaut oder so, denn ich bin bestimmt nicht eine von diesen Mamas, ja, die den ganzen Tag rumrennt und am besten sich eine Tüte über den Kopf zieht, weil sie einfach fix und fertig ist. Ich finde, man sollte sich die 5 Minutes nehmen und ein geschwindes schnelles Make-up machen, weil ich weiß nicht, es gibt für mich keine Ausreden zu sagen, okay, man hat jetzt einfach, okay, wenn es Kindern schlecht geht, natürlich lässt man alles liegen. Aber ich finde, sonst kann man sich ruhig mal den Partner zur Seite holen, hey Schatz, halt mal kurz den Kleinen oder die Kleine und ich mache bestimmt mal Make-up oder morgens einfach frisch geduscht, halt mit dem Kind vor der Dusche, einfach geschwind sich fertig machen, wenigstens ein bisschen was auftragen und vielleicht ein bisschen Wimperntusche. Ich finde diese Mama- und Papa-Qualitätszeit auch sehr wichtig. Also wir haben uns das auch sehr, sehr stark vorgenommen, auch wirklich immer noch zu sagen, dafür braucht es natürlich auch Oma und Opa, dass man sagen kann, okay, man hat jetzt auch einfach mal Leute, wo man halt jemanden abgeben kann oder so. Ist total legitim. Ich finde das total in Ordnung, wenn Oma und Opa auch mal ihre Qualitätszeit bekommen und mit den Enkeln zusammen vielleicht mal ein bisschen spazieren laufen oder so und man selber vielleicht mal sagt, okay, ich würde jetzt gerne mal alleine in DM gehen und nicht immer mit einem Kind, Kinderwagen, Tragetuch oder sonst was. Ich finde, das ist, glaube ich, auch so der Trend, der einfach jetzt kommt, dass einfach man sagt, Independent Woman, aber auch Independent Mama, ja, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mir auch die Zeit, mich mal schön zu machen. Ich muss mich ja nicht schlecht fühlen als Mama und es muss mir, also ich nehme ja meinem Kind nichts weg oder so, ja. Aber ich werde auch euch dann auch zeigen, was für ein Möbel und wieso wir uns dann ausgesucht haben, wenn alles gut geht und alles in Ordnung hier ist, dann werden wir auf jeden Fall laut dem, was der Arzt gesagt hat, gegen Dezember unseren Stöpsel erwarten. Aber wir werden auf jeden Fall sehr viele Sachen nicht kaufen. Also es sind sehr viele Dinge, die ich mir einfach aufgrund des Platz, also ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung, ich habe keine Villa Kunterbund und auch keine Riesenbude, wo ich sagen kann, oh mein Gott, ich packe mir jetzt hier alles rein. Man muss dann aber schon überlegen, bei einer Drei-Zimmer-Wohnung, was braucht ihr, was brauchen wir nicht. Also ich brauche hier nicht fünf Wippen, ich brauche hier nicht, also zum Beispiel, wir haben uns auch gegen eine Wickelkommode entschieden, beziehungsweise ich. Mein Mann hat halt gesagt, ja, wenn du dann halt das nicht brauchst oder denkst, das brauchst du nicht, dann brauchst du es auch nicht kaufen, weil das ist ja dann Quatsch. Und ich muss einfach sagen, das sind einfach so Sachen, die muss jeder echt individuell entscheiden. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos, meine Lieben. Und ich hoffe, dass ihr da wahnsinnig Spaß dran habt. Und heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag. Es ist Muttertag. Wir gehen auch zu meiner Mama, sagen alles Liebe zum Muttertag. Und ich sehe, dass mein Mann schon wieder in der Tür steht. Ja, ja, I see you. Seht ihr das da hinten, der kleine Schatten an der Tür? Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Muttertag. Alle Muttis, die noch Muttis, die werdenden Muttis. Und ich habe jetzt auch sozusagen Muttertag. Ich gehe jetzt eine Runde kotzen. Und wir sehen uns einmal im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020